Ich kenne die meisten von euch noch nicht so lange, aber etwas weiss ich über euch alle. Es hat eine Zeit gegeben in deinem Leben, da hast du keine Sorgen gehabt. Du hast dich wohl gefühlt, dir war es warm, rundum gut gegangen, du bist in allen Bereichen versorgt gewesen. Leider war für uns alle die Zeit nach etwa neun Monaten fertig und wir sind auf die Welt gekommen. Das Zweite war, du bist auf die Welt gekommen und du hast die Augen aufgemacht und hast gesagt, wow, da gibt es mega viel zu entdecken. Da sind deine Eltern gesehen, da hat es Tierchen gehabt, Spielzeuge, Bäume, Pflanzen, andere Menschen. Die Liste wird unendlich lang und du hast dir wahrscheinlich gesagt, das will ich alles entdecken. Das ist mega genial. Genau, das ist so viel Gutes, das ich lernen will. Ich glaube, dass Gott uns nach seinem Ebenbild gemacht hat und durch die zwei Grunderfahrungen, die wir ganz am Anfang im Leben hatten, zwei ganz wichtige Sachen uns hinein gelehrt hat. Das Erste ist, dass wir uns nach tiefen Beziehungen sehen, so wie wir das am Anfang von unserem Leben, weil sie glauben, was die prägendste Erfahrung für uns war, dass sie zu unserer Mutter hatten. Wir sind mega verbunden gewesen mit ihr und ihr ganz nahe gewesen und so tragen wir das heute alle in uns, dass wir zum Menschen eine Nähe suchen. Das Zweite ist der Wunsch, Sachen zu entdecken und in diesem Moment zu wachsen und Erfolg zu haben. So wie wir das als kleines Mädchen und als kleiner Buben extrem stark erlebt haben. Wir haben in kurzer Zeit mega viel gelehrt und das hat uns geprägt und es hat uns gefällt und es hat uns mega viel Spaß gemacht. Eine Geschichte, die diese zwei Sachen mega gut repräsentiert haben, ist von einem kleinen Kiel. Das ist ein kleines männliches Wesen für Gattung Menschen, das da nicht Missverständnissen gibt. Genau, der ist wie ein anderer in seinem Umfeld in die Schule gegangen und hat diese Sachen gelehrt, hat eine Zeige geknüpft und eines Tages bekommt er von seiner Mutter einen Brief. Und die Lehrerin sagt, sie soll er der Mutter zeigen und schickt ihn nach Hause. Der Klingil geht nach Hause, bringt den Brief der Mutter, die Mutter tut den Brief auf und liest, was drinsteht. Als sie liest, was drinsteht, hat sie Tränen in den Augen und der Kiel fragt sich, was ist los, Mami, Mami, was steht in diesem Brief? Die Mutter liest vor und sagt, euer Sohn ist ein Genie und unsere Schule ist zu klein, wir können ihn nicht mehr für ihn machen, wir haben zu wenig gute Lehrer, die ihn weiterbringen können. Bitte unterrichtet den Kiel selber. Jahre später, als der Genie erwachsen ist und viel im Leben entdeckt hat, seine Mutter ist schon bereits gestorben, durchwült er die Familiensachen auf der Suche nach irgendetwas und fängt wieder diesen Brief, tut ihn auf und liest, was wirklich drinsteht. Ihr Sohn ist geistig behindert, wir wollen ihn nicht mehr an unserer Schule haben. Der Kiel, oder das Genie, hat er hier in der Vorwurzstunde diesen Brief gelesen und er denkt, wow, das ist krass. Hat meine Mutter mir das dann gesagt, wäre mein Leben ganz anders rausgekommen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, sorry. Ich mache einen Kumpf, Finger gerade nicht mehr. Wir alle haben solche Situationen im Leben, wo wir Menschen begegnen, die uns glauben. Wie, ah sorry, jetzt ist es wieder gekommen. Super. Die Geschichte wird besonders interessant, wenn wir wissen, um wer es geht. Weil nach Jesus hat kein Mensch mehr mehr Licht in die Welt gebracht, wie dieser. Es geht um Thomas Edison, der Finger von den Glühbirnen. Und wie gesagt, ich will nicht wissen, was aus diesem Kiel wäre geworden, wenn ich Mutter von Anfang an die Wahrheit hätte gesagt. Aber leider kann ich mir das zu gut vorstellen, weil es oft Realität ist. Wir alle kennen solche Situationen im Leben, wo wir Menschen kennen, die uns glauben, aber wir kennen eben auch das Gegenteil. Wir kennen Situationen, wo wir Erfolg haben, aber wir kennen Situationen, wo wir auch versägen. Und die Begriffe von Erfolg, von Wachstum oder Entdeckergeist und die Begriffe, die wir leider auch kennen, von Versägen, von Zusammenbruch und von Entmutigung, die sind für uns mega starke Begriffe. Und wir bringen es starke Emotionen. Und ich muss nicht erklären, welches positiv und welches negativ ist. Leider kennen wir alle. Und so ist irgendwie, durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind die zwei Bedürfnisse in uns oft nicht erfüllt worden. Und wir sind in diesen Bereichen abgestumpft worden. Wir haben prägende Verletzungen erlebt, die unseren Entdeckergeist und unsere Sehnsucht nach Bindung zu anderen Menschen wie kaputt gemacht haben. Und dadurch gibt es viele Menschen in der heutigen Gesellschaft, die in Einsamkeit leben oder Menschen, die nicht mehr sich selber und nicht mehr andere Menschen glauben. Und das finde ich eine relativ grosse Tragödie. Wenn ich uns die Zeit so anschaue, dann fällt mir auf, es gibt extrem viele Optionen, wo wir unser Potenzial ausleben können. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir irgendwie drinnen wachsen können, wo wir über das Internet Sachen lernen können, das können wir umsetzen, etc. Aber es gibt eben auch viele Herausforderungen. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, uns in dieser komplexen Gesellschaft zurechtzufinden. Und oft wird es eben auch zur Überforderung. Es verwungert mich auch nicht, dass Netflix und Co. in unserer Zeit so erfolgreich sind. Es ist mega gäblich, man kann einfach heimgehen, den Fernseher anlassen, den Computer anlassen und unsere Beeren mit all diesem Zeug füllen. Und das Spannende ist, die Sachen, die Medien, die sind alle darauf programmiert oder darauf ausgelegt, genau die zwei Grundbedürfnisse, die wir uns innen haben, anzusprechen. Und ich selber erlebe es oft so, wenn ich mal anfange mit diesem Zeug, dann kann ich fast nicht mehr aufhören. Und ich bleibe dran und dran und am Abend merke ich, am Abend des Tages merke ich, irgendwie habe ich heute wieder nichts Sinnvolles gemacht und einfach den Tag vor der Kiste verbracht oder weiss auch was, nicht immer. Die Folgen davon sind, dass wir irgendwie schlechte Vorstellungen über Beziehungen haben, schlechte Vorstellungen über Sexualität, schlechte Vorstellungen über den allgemeinen Sinn des Lebens. Und das wird sich irgendwie in unserer Realität manifestieren und Auswirkungen haben. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Und ich bin nicht gegen all diese Sachen. Ich liebe gute Filme, ich liebe es zu gamen, ich liebe es auch mal zu erfahren, was in meinem Umfeld abgeht und es darf auch mal über Instagram passieren. Aber wenn wir unsere Zeit zu fest mit all diesen Sachen füllen, glaube ich, werden die Grundbedürfnisse nach Beziehung und Erfolg in unserem Leben niemals erfüllt werden. Und wo steht Gott in dem hin? Geben wir Gott den Stellenwert, den er verdient hat. Wenn Gott die Menschen und die Welt geschaffen hat, dann gibt es doch nichts Besseres, als mit ihm Beziehung zu haben und mit ihm zusammen die Welt zu entdecken. Noch so eine Nebenbemerkung, dann werde ich es wieder zurück zum Thema machen. Ich glaube, dass Frauen stärker sind im Beziehungenleben, in Bindungen zu anderen Menschen aufbauen, so wie das beim ersten und wichtigen Grundbedürfnis ist. Und der Mann ist stärker im Weltentdecken, rausgehen und in andere Kontinente. Darum glaube ich auch, dass Gott die Frauen schwanger macht. Also Männer machen die Frauen schwanger, aber die Frauen bekommen ein Kind. Und die Männer sind stärker geboren, dass sie robuster in die Welt rauskommen. Das finde ich ein mega spannendes Bild, oder ein Gedanke von Gott, der mega gut zeigt, wie abhängig wir voneinander sind. Wir brauchen einander, und ohne die Kombination von Mann und Frau würde die Menschheit gar nicht funktionieren. Wir brauchen Leute, die da sind, die Beziehung leben. Und auf der anderen Seite brauchen wir Leute, die immer wieder vorwärts gehen wollen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, mit denen Beziehung leben, aber sie haben klare Ziele. Und ihr redet jetzt von Stereotypen, das liegt beides auch in den Männern, dass sie in Beziehung leben können, und umgekehrt. Aber ich glaube, wenn die Meldung nur aus Mannen bestehen, wäre schon lange alles kaputt. Und wenn es nur aus Frauen bestehen würde, würde es vielleicht manchmal ein bisschen langweilig werden, und dann müsste man ein bisschen zicken, damit wieder mal ein bisschen Spannung dinkommt. Und das würde irgendwie auch nicht funktionieren. Aber ich glaube eben, die Kombo ist mega wichtig. Und so ist es doch auch, allgemein, nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern ich bin mega froh, ist da irgendwo ein Bauer, der Gemüse pflanzt und züchtet, und irgendwie ein anderer, der es dann weiter handelt, und dann kommt es irgendwie ins Migros, und ich kann ins Migros gehen, und verliere nicht mega viel Zeit, mit dem selber herzustellen, und kann dann hier als Jugendpastor arbeiten. Also bin ich mega abhängig von diesem Bauer, und das ist mega wichtig, dass dieser seinen Job macht, und so sind wir eine komplexe Gesellschaft, und wir alle mega aneinander brauchen. Ich finde es wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, weil unserer Gesellschaft ist oft so, dass wir irgendwie mega unabhängig sein wollen, wir wollen auf unseren eigenen Beinen stehen, und verlieren, währenddessen mega zu bewusst sein, wie wichtig das Beziehungen sind. Ich finde, das ist ein schönes Bild, das Gott in die Welt hineingelegt, von Mann und Frau, die ihn repräsentieren, mit diesen zwei Grundbedürfnissen. Ich liebe es zu sehen, wenn Menschen in einer versöhnten Gemeinschaft zusammenleben, und gleichzeitig in dem innen, in allen Lebensbereichen erfolgreich sein. Darum bin ich Jugendpastor geworden, so ähnlich ist es in meiner Bewerbung gestanden, wo ich mich hier beworben habe, und darum investiere ich mich in andere Menschen. Das Schönste für mich ist es zu sehen, wenn ich mich in jemanden investiere, und dann er selber Verantwortung in seinem Leben übernimmt und in andere Menschen sich wieder investieren und so weitergeht. Ich glaube, das ist das Konzept von Gott, wie er die Welt erreichen will. Er hat angefangen mit Jesus, und er hat primär mal zwölf Jünger gehabt, und hat ihnen alles beigebracht, was er auf dem Herzen hatte, und die zwölf haben sich dann wieder in andere investiert, und die wieder in andere, und so hat es eine Mega-Multiplikation gegeben. Und im Moment ist es ungefähr so, dass ziemlich genau ein Drittel der Menschheit Anhänger des Christentums sind. Und ich weiss, viele von ihnen sind das nur auf dem Papier, und leben nicht wirklich, kennen Gott nicht wirklich, leben nicht wirklich in Beziehung mit ihm. Aber es gibt auch viele Menschen, die irgendwie als Moslem einträgt sind, oder als sonstige Religion, und nur weil in ihrem Land Verfolgung ist, dürfen sie sich nicht äußern, oder dass sie zum Christentum angehören, weil es sonst gefährlich wird. Und das sind alles dunkle Zahlen, die in diesem Drittel auch nicht aufgeführt sind. Ich weiss nicht genau, wie es aufgeht mit diesem Drittel, ist auch nicht mega wichtig. Wichtig finde ich, dass alle Jesus lernen können können. Das ist wirklich meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass ich jeden Jesus lernen kann, weil er ist absolut der Geistzieher. Das ist meine Anwärtung, ich geniesse es, mit ihm Zeit zu verbringen, und ich geniesse es, ihn immer besser lernen zu kennen, so wie er wirklich ist. Und das wünsche ich mir für die ganze Menschheit. Für das schlägt mein Herz. Also, zusammengefasst kann man sagen, ich liebe die Gemeinschaft, ich liebe die versöhnte Gemeinschaft. Auf der anderen Seite liebe ich Wachstum, ich liebe Erfolg, ich liebe den Entdeckungsgeist, und ich glaube nach dem Ansatz, dass wir das alle haben, nach dem Ansatz von diesen zwei Grundbedürfnissen, weiter glaube ich, dass das Gott uns hinein hat gelegt, und darum möchte ich beides mit ihm erleben. Und etwas, etwas vom Genialsten, was genau auf diese zwei Sachen ausgerichtet ist, auf Beziehung, plus auf Wachstum, ist Mentoring. Ihr gehört vielleicht den Begriff zum ersten Mal, vielleicht nicht. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, die zum Ausdruck kommt, was das Mentoring bedeutet. Was auch immer das Mentoring genau ist. Wir befinden uns im 9. Jahrhundert vor Christus. Das Reich Gottes war dann in zwei Teilen aufgedeckt. Das war Israel und Judah. Und das war eine recht rauche Zeit. Es wurde viel Krieg geführt. Die Volk waren bedroht von aussen, von fremden Königen, die kamen und gingen, im Land selber. Sie kamen und gingen. Und die Menschen dorthin haben schon etwa seit 10 Generationen nicht mehr von Gott wissen. Zum Vergleich, bei uns ist es etwa seit 3, 4, 5 Generationen der Fall, dass die Menschen immer weniger Interesse an Gott haben. Zu dieser Zeit hat der Elia geliebt. Der Elia war ein Prophet. Im Alten Testament wird der Elia eigentlich als der zweitwichtigste Prophet nach dem Mose angeschaut. Du keregierst mich die Beste, wenn ich euch das erzähle. Und der Elia ist eigentlich, wir haben ihm den Speiter gesagt. Und die Speiter sind benachteiligte Volksgruppen dort hier gewesen. Sie haben zu den Ersten gehört, die keinen Grundbesitz hatten, wo das Land verteilt wurde. Ich kann sagen, der Elia war eigentlich ein Obdachloser. Er ist viel herumgereist und er ist besonders bekannt für seinen Kamelhaarmantel, den er immer hatte. Ich weiss nicht, ob das ein teurer Mantel oder ein günstiger Mantel war. Es gibt ja Kaschmir, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein kratziger Mantel war. Darum, ich weiss es nicht, aber er spielt in der Geschichte eine wichtige Rolle. Der Elia war sehr eng mit Gott unterwegs und hat mega viel Wunder erlebt. Einmal hat er Essen vermehrt, einmal hat er sogar eine Totenauferweckung erlebt. Wahrscheinlich, ich glaube, die erste in der Bibel. Er konnte Feuer vom Himmel runterfallen, so krass ein Feuer, das Steine und Wasser boom, hat verbrannt und er hat extrem viel so mit Gott erlebt. Eines Tages sagt Gott zu ihm, er soll sich ein Jünger suchen. Ich kann dann mal einen Schüler sagen oder ein bisschen modernerer Begriff dafür ist ein Mentee. Das ist der Schüler vom Mentor. Ich komme später noch darauf zu reden. Er ist zu diesem Typ her, der ihm Gott hat gesagt, der hat Elisa geheissen. Elisa war ein Bauer, aber es war ein wohlhabender Bauer. Er hatte mehrere Rinder aus. Als Elia sieht, geht er zu ihm her, nimmt seinen Mantel und geht nicht mehr über die Schulter. Eine recht spezielle Begrüßung. Und noch spezieller ist die Antwort, die Elisa auf das hat gegeben. Er sagt nämlich, lass mich noch zu meinen Eltern gehen und ihnen Tschüss sagen. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, hat Elisa in dem Moment etwas von der Kraft gespürt, das irgendwie an diesem Mantel klebt, der mit Elia unterwegs war. Er hat hier den Gegenwart von Gott wahrgenommen und hat gesagt, wow, das will ich in mein Leben integrieren. Von dem will ich mehr wissen und mit dem Elia, mit dem will ich unterwegs sein. Von dem kann ich viel lernen. Er ist nach Hause gegangen, hat hier ein Kalb geschlachtet und noch die Leute ernährt und so und ist nach dem Tschüss sagen von seinen Eltern und seinem Haus ist er nach dem Elia nachgefolgt und hat dem gedient. Er ist sein Mentee geworden. der Elia ist nach dem Elisa sein Mentor gewesen. Als die Zeit kam, dass der Elia die Erde verlässt, hat er das nicht wie die meisten von uns gemacht und ist gestorben, sondern Gott hat ihn lebendig in den Himmel hoch wollen. Er hat das schon oder die ein paar Propheten und so Mittel gehabt und auch Elisa und die zwei sind nachher an den Ort gegangen, wo das stattfinden soll. Unterwegs sagt er Elia und Elisa dreimal, willst du jetzt nicht hierbleiben, drei verschiedene Orte, weil ich gehe jetzt in den Himmel und Elisa sagt nicht jedes Mal nein, ich will mit dir mitkommen, weil er größer sein Sinn hat. Wahrscheinlich hat er an diesen drei Orten eine Prophetenschule oder eine andere in der Schule, so wie wir das heute bei den Bibelschulen verstehen, irgendwie übernehmen können und dort schon Verantwortung übernehmen. Man will ja nicht das Leben lang Schüler sein, sondern man ist froh, wenn man dann auch mal selber irgendetwas aktiv machen und Verantwortung übernehmen kann. Aber Elia hatte grösser sein Sinn und hat gesagt, nein, er will bis zum Schluss mit Elia unterwegs sein. Dann ist die Situation gekommen, kurz bevor das ist passiert, sie sind an Jordan gekommen. Der Jordan ist ein Fluss und Elia nimmt den Mantel und schlägt ihn auf den Fluss und das Gleiche passiert wie bei Mose, das so bekannt ist. Das Wasser geht auseinander und sie können im Trockenen rüberlaufen. Und dann fragt er Elia, weil er den Ehrgeiz von Elisa gesehen hat, dass er so lange mitkommen will, fragt er, hast du noch irgendeinen Wunsch, kann ich noch irgendetwas für dich machen, bevor sein und er in den Himmel rübergehen. Und Elisa sagt dann wird der Wunsch erfüllt werden. Und ich denke, das ist ja nicht so eine schwere Prüfung, jemandem zuzuschauen, wie der Himmel rauf geht. Es ist mega spektakulär, da schaust du niemand anders her, wenn so etwas passiert. Und es braucht jetzt nicht ein wahnsinniges Talent. Aber in diesem Moment kommt ein Wagen, eine feurige Wagen mit Ross und trennt die beiden in Mitte durch. Und die erste Überlegung wäre doch jetzt von Elisa, ich einfach auf den Wagen zu schauen. Das ist das, was ich will, ich will Wunder sehen, will die Sachen erleben. Und der Wagen kommt jetzt, dann kann ich der Mitte hoch. Er schaut auf den Wagen, aber nur kurz, weil er in der Prüfung wieder kommt, schaut auf Elisa und sieht, wie er im Sturm hochgeht. Was passiert hier? Die größte Ablenkung von Elisa kommt, aber er bleibt treu und besteht Prüfung in dem, dass er auf Elisa schaut. Er sagt dazu, Vater, Vater, der Wagen Israels und seine Reiter mit Vater, Vater, er schreit zu ihm, zu Elia, aber es war wahrscheinlich ein bisschen luchse und so, er schreit zu ihm, um zu zeigen, Vater, Vater, um zu zeigen, wie wichtig das in Beziehung ist, zu ihm. Und dass er Prüfung besteht und nicht ablenken von dem Wagen, der brünnt. Der Elia zum Zeichen, dass Elisa Prüfung bestanden und er hat gesehen, das hat er gesagt, er lässt sein Mantula fallen, und Elia nimmt ihn, geht zum Jordan, und was macht er, er nimmt ihn, rollt ihn zusammen, schlägt ihn auf den Jordan, und fährt genau dort hier an, wo Elisa aufgehört hat. Das Wasser teilt sich, er läuft rüber, dann hat es noch 50 Prophetenjünger, die das mitbekommen, und die begegnen ihm natürlich mit riesen Respekt. Und das ist das Schönste für einen Mentor, wenn er sieht, dass sein Mentor dort anfährt, wo er selber aufgehört hat. Der Mentor bringt dem Mentor alles bei, was er weiss und kennt, und dann fährt der Mentor eigentlich wie und betilet ihn an vom Mentor und macht das selber zu seinem Fundament und will dann zweifache davon erleben. Ein schlechter Mentor wäre in dieser Situation eingeschnappt und sagt, ich will selber der Grösste sein, es geht mir um mich, aber ein guter Mentor hat ein Ziel vor Augen und investiert sich in das Ziel so, dass andere Menschen dann auch das Ziel verfolgen So ist Elia zu Elisa zu der Zeit gab es einen König in Israel und wo Elisa im Sterben war der König und er wurde schon mal unterrichtet von einem Priester aber er hatte nie eine Mentor wie Elisa von Elia kam Elisa wo er im Sterben war und hat ihn begrüsst mit Wort Mein Vater mein Vater der Wagen Israels und seine Reiter Auch wieder eine spezielle Begrüssung Begrüssung war eine Anspielung darauf dass er auch gerne den Mantel hat dass er auch gerne die Salbung bekommen würde die Elisa von Elia hat bekommen und will das weiter führen nach dem Tod von Elisa Elisa sagt wieder gut und macht es gleich wie Elia das bei Elisa hat gemacht und stellt ihm zwei Prüfungen er hat zweimal so viel erlebt darum hat er zwei Prüfungen erstellt ist es nicht so wichtig bei den zwei Prüfungen geht es darum dass der König zwei prophetische Handlungen vorbringt ich will sie nicht weiter ausleutern aber der König versieht ganz knapp bei der zweiten Prüfung Elisa wird aufgrund von dem hässig und wird nachher zusammen mit dem Mantel begraben der König hatte nie das Privileg ein Mentoring von Elisa zu haben sonst glaube ich dass er den Mantel für sich bekommen das Problem war wenn er nicht geschult wurde mit der Verantwortung sauber umzugehen konnte es wahrscheinlich sehr böse kommen weil auf dem Mantel ist irgendwie ein mega salbig drauf gelegen und das wäre nicht so schlau gewesen wenn der König das bekommen die einfache Prüfung nicht bestehen Der Mantel war im Grab und dann lesen wir die Bibel auch noch eine spezielle Geschichte es war auch eine Kriegssituation und das waren so offene Gräber wie man das vielleicht vom Jesus Film sieht wo man einen Stein hat und die Leichen sind so einbalsamiert drin gelegen und so Elia oder Elisa und nachher wollten ein paar Mannen den Tier beerdigen und nachher sind feindliche Streitmärkte gekommen sie sind in Stress gekommen und schiessen die Leichen einfach in das Grab Bein die Leichen berührt den Mantel und wird wieder lebendig also noch die Zauberung ging mit Elisa in den Tod und nach dem Tod Elisa war hier mega Kraft drauf war finde die Geschichte unglaublich spannend weil sie zeigt wie wichtig diese Prozesse in unserem Leben sind manchmal wollen wir von 0 auf 100 schon dort stehen wo unsere Vorbilder stehen aber vergessen dabei dass die Zauber einen langen Weg vor sich haben dass sie an den Punkt kommen an sie zu stehen ich finde es mega inspirierend das zu sehen und das zweite ist ich finde es schade für den verschwendeten Mantel der liegt tief im Grab und tut vielleicht noch ab und zu einen Tod auferwecken aber er wird nicht aktiv gebraucht und das ist doch eine verschwendung ich finde schade ich möchte euch ich möchte euch ermutigen ich möchte euch ermutigen in eurem Leben in eurem Umfeld umzuschauen und selber nach dem Mantel zu suchen der für euch steht der für euch ist ich möchte euch ermutigen dass du heute damit anfährst und nicht erst wenn der Mantel kurz vor ist in das Grab zu gehen dann ist vielleicht spät schau wo ist der Mantel den du brauchst und geh zu dieser Person und mit dir unterwegs zu sein in die zu investieren sodass du selber den Prozess machen den Elisa mit Elia gemacht hat alles andere finde ich schade weil die vielen Sachen in unserer heutigen Gesellschaft sind eben mega viele so Mäntel rum wenn die einfach ins Grab gehen und nicht weitergeführt werden genau das passiert beim Mentoring Mentoring kommt vom Begriff her aus der griechischen Mythologie der Osis hat einen Sohn und er von einem Freund er 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 heisse und er ist mit ihm unterwegs war also ganz einfach der Mentor Kollege von Osis hier kommt das Wort her in der Geschäftswelt wird der Begriff Mentoring dafür gebraucht dass eine erfahrene Person mit einer weniger erfahren trifft und er alles beibringt was sie weiss sein Knowhow erklärt seine Strategie immer geklärt und ihm das weitergibt die Prozesse weitergibt die er selber gemacht vielleicht im Vergleich zum Coach der Coach ist einer der für Coaching ausgebildet wurde aber eigentlich beide das gleiche Ziel dass sich jemand falten und weiterkommen in seinen Zielen nehmen Roger Federer Roger Federer kann niemand Mentor sein vielleicht kann Roger Federer ein guter Mentor sein für jemand anderes aber Roger Federer hat Coaches die ihn gleichzeitig immer noch unterstützen weiterzukommen ein Mentor ist wichtig der ist weiter als jemand unerfahrniger ist das ist die Geschäftswelt in der Kirche haben wir den Begriff genommen und wir einen etwas abgändert und je nachdem wo man in die Kirche geht in welche Bewegung wird den Begriff auch anders braucht dorthin wo ich herkomme ist es sehr stark so dass der Mentor hilft dem Mentor eine Lösung zu finden für ein Problem das er hat und er hilft ihm primär der Fragestellung und Sachen dass der Menti selber drauf kommt und weniger beratende Rolle er sagt ihm weniger was er selber für Prozesse gemacht etc. Die Begriffe werden unterschiedlich gefüllt und ich glaube das ist noch wir uns bewusst sind dass wir irgendwie Geschäftswelt unserem Chef sagen ich treffe mich mit einem Mentor und wir verstehen völlig etwas anderes drunter es ist auch nicht mega wichtig was genau wie ist aber einfach wichtig dass wir uns bewusst sind dass es die Unterschiede gibt und ich glaube wenn wir hier das Thema kultivieren liegt es an uns den Begriff selber zu füllen dass wir selber ein System oder ein Konzept geben hier sind wir noch in einem Prozess dran und ihr werdet sehen ihr werdet auch von uns hören ich hoffe es wird weitergehen und nicht bei der Predigt bleiben genau ich selber habe schon mega coole geniale Erfahrungen mit dem Thema Mentoring machen als ich in der Oberstufe bin und so in der Lehrzeit habe mich häufig zwei wöchentlich mit einem Kollegen getroffen wir dann Mentoring gesagt wir haben zusammen die Bibel angelaugt und ich habe viel über die Bibel über seine Ansichten lernen das hat mir mega gut getan und ich konnte lernen auch selber verantwortliche Leiterschaft übernehmen ich würde heute absolut nicht an dem Punkt stehen wenn ich mich mit einem Kollegen getroffen und dann habe ich andere Freunde in meinem Leben gehabt dem haben wir nicht Mentoring gesagt aber es war trotzdem wie ein Mentoring ich habe einen guten Freund Andi der hat mich oft mitgenommen wenn er ins Ausland ging wenn er irgendwo eine Predigung gemacht und hat mir mega viel beigebracht bei Heilung und Prophetie und ich wirklich viel von ihm Spannendes lernen ich bin ihm dankbar dass er mit mir so unterwegs als er mich mit nahm ohne ihn würde ich heute absolut nicht anstehen wo ich jetzt stehe ich mit Jana zusammen in ein Barmentoring damit wir unsere Ehe vorbereiten da gibt es auch Herausforderungen die man vielleicht anschauen und es manchmal blauweig wäre wenn man ohne das Ehe starten das hat uns gut aber wir haben das wertvoll erlebt ich schon Mentoring in der Gruppe erlebt im Moment mache ich theologische Ausbildung und hier haben wir auch Mentoring da sind wir immer zu viert oder so in der Gruppe und haben einen Mentor und dann schauen wir Sachen so Themen in Gruppen an finde ich auch eine spannende Methode dann hört man immer was so bei anderen im Leben abgeht und kann das wie manchmal checkt man dass alle einen flick ab haben und man nicht der einzig ist und mich kann viel davon lernen was andere für Prozesse machen ich habe selber schon die Verschulung genommen im Thema Mentoring und finde das Thema Mentoring ein mega genialles Thema das mich gefreut und mich gefragt ob ich heute eine Präsidung zu dem Thema machen beim Mentoring finde ich genial es geht nicht darum einfach jemandem einer jüngeren Person ein Konzept zu stülpen sondern es geht darum dass sich die Person entfalten und ihren eigenen Weg nachher gehen Elisa hat dann auch Hennen viel Wunder erlebt Hennen viel gemacht ich euch noch vorstellen wie es heißt das zweifache von Elia noch dürfen es machen er hat Todel Verweckung erlebt er hat Speisen Vermehrung erlebt ein es Arbeiter ein Eisen zum Arbeiten ins Wasser fällt es kann eine Axt ziehen oder so und der Arbeiter war ein Knecht und hatte Angst dass er von seinem Meister einen riesen Zusammenschiss bekommt und er hat die Angst gar nie Vermögen zu zahlen und dann kommt Elia nimmt ein Stück Holz schiesst ins Wasser und das Eisen beginnt zu schwimmen beim Mentoring geht es darum dass man wie man kann es vergleichen mit einem Schnitzer der schon ein Bild in einem Baumstamm sieht und das Bild versucht herauszuholen ohne dass er es verletzt und so es kann auch falsch verstanden werden aber es geht nicht genau um das Bild das der Mentor im Kopf hat sondern es geht darum dass das aus einem Potenzial entfalten wenn du bei dem Thema ein bisschen lustig bist geworden und sagst du möchtest selber in Mentoring gehen vielleicht auch von dem Tipp wenn du selber Mentoring geben dann möchte ich dir noch drei Ratschläge geben das erste ist Commitment es ist extrem wichtig wenn du in Mentoring gehst dass du von ganzem Herzen mit der Haltung gehst wie Lisa ins Mentoring ist gegangen die zweifach sagen will etwas daraus machen was er bekommt ich glaube Investition in Leute die keine Commitment haben ist Zeitverschwendung wenn man die Geschichte von Jesus anschaut man kann sagen gut er hat noch andere Aspekte aber das war Judas ohne Commitment geht nichts vorwärts und Commitment der Will Smith zum Beispiel sagt Commitment ist der Weg zum Erfolg und ich glaube ja Commitment ist mega wichtig in jedem Lebensbereich dass man vorwärts kommt und darum auch ganz wichtig im Mentoring also bevor du ins Mentoring gehst überlege dir für was schlägt wirklich mein Herz wo willst du hin und nachher gehst zum Mentor und schau das mit dem an vielleicht willst du schon ins Mentoring um rausfinden für was es dein Herz schlägt aber dann auch mit der Haltung wirklich weiterzukommen das zweite ist Loyalität und das ist ein Bereich wo ich in meinem Leben fest haben müssen lernen oder immer noch dran ein bisschen lernen mit Loyalität meine ich nicht einfach sinnlos unterordnen und alles machen was der Mentor sagt sondern ihm treu sein und ihm für alles was er macht mit Respekt begegnen vielleicht auch mit Ehre begegnen und ein dankbares Herz ihm gegenüber haben wir Menschen machen alle Fehler und so auch Mentoren Fehler und für einen Mentor ist es immer besonderlich herausfordernd weil sein Mentor einen Fehler macht es kommt irgendwie mega schief rüber es ist so wie wenn der Pastor einen Fehler macht es ist nicht das gleiche wie wenn ein Teilnehmer einen Fehler macht und ich finde es wichtig in dieser Situation dass man nicht bei anderen Menschen schlecht von seinem Mentor reden sondern dass man in Ehre behalten für all das was er macht es ist schon mega wichtig dass man Menschen von ihm zeichnen das ist wirklich eine wichtige Frage der Kultur im Mentoring und das dritte ist sucht er jemand der sich mega gerne in Menschen investiert so ähnlich wie bei der Geschichte von Edison so wie seine Mutter war nicht so wie seine Lehrerin du kannst einen mega guten Lehrer haben der inspirierend ist der viel weiss aber wenn der nicht das Herz hat sich hier jemand zu investieren der ist alles für nichts und das kommt gleich raus wie Edison von Anfang an die Wahrheit hatte gehabt sucht jemand der mega gerne sich in andere Menschen investiert und dann kann das eine super Sache werden